Amira Pocher sprach vor einiger Zeit über ihre Mobbing-Erfahrungen im Netz. Anne Wünsche ist sauer, schließlich hat die Moderatorin in der Vergangenheit selbst Hass im Netz geschürt. Karma, das denkt Anne Wünsche über Netz-Hate gegen Amira Pocher. Anne Wünsche, 32, kann Amira Pocher, 31, nicht verzeihen. Alles fing an mit einem öffentlichen Streit zwischen der Influencerin und Oliver Pocher, 45. Dieser hatte Anne 2020 bei seiner Bildschirmkontrolle vorgeworfen, sich Likes und Follower gekauft zu haben. Der Fall ging sogar vor Gericht. Olis damalige Partnerin Amira teilte gemeinsam mit ihm gegen Anne aus. Eine schwere Zeit, die diese bis heute nicht vergessen hat. Das war kein Lästern mehr. Er hatte zusammen mit Amira eine Lüge über mich verbreitet und falsche Beweise gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertig gemacht, betonte sie neulich in ihrer Instagram-Story. Dass Amira zuletzt selbst einen Shitstorm im Netz erfahren hat, tut Anne deshalb keineswegs leicht. Anne wütet im Netz. Menschen wie die Pochers gehen über Leichen. Amira Pocher hat zuletzt einige Kritik bekommen. So musste sie sich vor allem nach der Trennung von Oliver Pocher anhören, ihn nur ausgenutzt zu haben, um selbst berühmt zu werden. Auf die Moderatorin und deren Hate-Erfahrungen bei einer Instagram-Fragerunde angesprochen, erklärte Anne Wünsche jetzt. Mich triggert es extrem, wenn Menschen über Hasskommentare oder Mobbing reden, die selbst dafür gesorgt haben, dass andere fertig gemacht wurden. Die ehemalige Berlin-Tag-und-Nacht-Darstellerin meint zudem, dass Amira gar nicht wisse, wie sich richtiges Cybermobbing anfühle. So hätte Anne die gehässige Bildschirmkontrolle von Oliver Pocher, in die er während der Corona-Pandemie gegen sämtliche Influencer hergezogen hat, damals sehr schwer zugesetzt. Das, was sie gerade durchmachen muss, ist nicht mal ansatzweise so heftig, ist sie sich sicher. Anne habe kein Mitleid mit Amira und aufgrund ihres Verhaltens in der Vergangenheit jeglichen Respekt vor ihr verloren. Sie betont, Menschen wie die Pochers, die mit sowas auch noch Kohle machen, gehen über Leichen, um erfolgreich zu sein.